Die Ukraine braucht keine F-22 und F-35, um gegen Russland anzutreten. Mit dem neuen A-10 Warthog ändert sich die Frage von kann die Ukraine die russische Invasion abwehren zu kann die Ukraine diesen Krieg tatsächlich gewinnen? Die A-10 ist das beste Panzerjägerflugzeug des US-Militärs. Und da es in der Ukraine so viele russische Panzer gibt, könnten die USA die A-10 schon bald in die Ukraine schicken, obwohl die NATO sich ganz klar dagegen positioniert hat. Warum wurde die A-10-Frage dann überhaupt laut? Ganz einfach, die Lage hat sich zugespitzt. Russland lässt bei der Invasion nicht locker und dem Westen fällt es immer schwerer, nur von der Seitenlinie aus zuzusehen. Ja, sie haben haufenweise Militärgüter geschickt, aber damit lassen sich keine Kriege gewinnen. Die entscheidenden Faktoren in Kriegen waren schon immer die beteiligten Kampfflugzeuge. Die ukrainische Regierung weiß das und hat Flugzeuge von der NATO angefordert, was diese abgelehnt hat, weil es Russland aufbringen könnte. Gerade die A-10 ist etwas, das Russland nur zu gut kennt und um das man sich Sorgen machen muss, wenn man die Daten aus der Vergangenheit zur Rate zieht, was zutrifft. Schon im ersten Golfkrieg, bekannt als Operation Wüstensturm, richtete die A-10 dank der verschiedensten Geschütze einen unaufhörlichen Raketen- und Kanonenregen auf die T-55, T-62 und T-72 Panzer an der Front an, die von den Sowjets entwickelt wurden. Und dank der 1200 Pfund Titanpanzerung des Flugzeugs war es äußerst robust und konnte Schäden absorbieren, wie zum Beispiel, als die A-10 des damaligen Kapitäns Paul Johnson einen direkten Raketentreffer am rechten Flügel erlitt. Ja, die A-10 und Russland sind sich schon einmal begegnet und Russland würde sich nicht gerade auf ein Wiedersehen freuen, vor allem, da das Flugzeug inzwischen viel tödlicher und langlebiger ist als während der Operation Wüstensturm. Als einziges einsatzbereites US-Flugzeug, das von Grund auf für die Luftnahunterstützung gebaut wurde, hat die A-10 viele Anhänger gefunden und ihre Effektivität unter Beweis gestellt und dabei Hunderte von Menschenleben gerettet. So sehr, dass der Kongress die A-10 immer wieder vor der Ausmusterung bewahrt hat, indem er sie mit Upgrades vollgestopft hat. Und zwar mit so vielen, dass sie in Serien installiert werden mussten. Aber was für Aufrüstungsreihen und welche Vorteile haben sie? Die radikale Veränderung des A-10 Wardog begann mit den Serie-8 Upgrades. Mit ihr wurde das V-12 Luftrettungssystem in die Steuereinheit des Flugzeugs eingebaut. Dieser Einbau ermöglichte eine wesentlich effektivere Kommunikation zwischen den A-10-Piloten und dem Bodenpersonal, wie zum Beispiel den Rettungskräften und den Piloten, deren Flugzeuge abgeschossen worden waren. Die Serie-8 verfügte außerdem über bessere Distanzwaffen mit mehr Reichweite, wie zum Beispiel die AGR-20-Raketen, die sich viermal schneller laden lassen als ihr Vorgänger. Die A-10 musste also nicht mehr im Angesicht der Gefahr fliegen, bevor sie schießen konnte, und die fehlende Überschallmanövrierfähigkeit von Überschallkampfjets wie der F-35 wurde wettgemacht. Der Effekt dieses Upgrades erstreckte sich bis hin zu den eingesetzten Taktiken, indem die Kombination aus dem Nachtsichtgerät und den neuen Waffen, die dem Warthog zur Verfügung standen, genutzt wurde. Nach der Serie-8 war die A-10 Warthog in der Lage, Sehziele effektiv zu bekämpfen und Schlachtfelder bei Nacht und in mittlerer oder niedriger Höhe zu beherrschen. Die Serie-9 begann mit der Integration eines Situational Awareness Pad in das Einsatzprogramm des Warthogs. Damit war es den sogenannten J-Tags möglich, ihre Positionen digital zu melden. Das war ein großer Fortschritt gegenüber der Zeit, als die Piloten nach ihnen am Boden suchen mussten. Die A-10 kann jetzt auch Ziele überprüfen, um zu verhindern, dass sie im Eifer des Gefechts mit ihren neuen Waffen der Serie-8 versehentlich auf befreundete Truppen zielt. Und das ist auf einem Schlachtfeld eigentlich immer der Fall. Mit dieser Gewissheit, dass keine befreundeten Flugzeuge in der Schusslinie sind, konnte die A-10 auf Knopfdruck bis zu sechs Ziele gleichzeitig mit einem Cocktail verschiedener Präzisionsmunition bekämpfen. Von der GBU-38 der 500-Pfund-Klasse bis hin zur GBU-31 der 2000-Pfund-Klasse, die dank ihrer hohen Zielgenauigkeit erfolgreich eingesetzt werden konnte. Die Präzision dieser Sprengsätze wurde durch ein weiteres Merkmal der Serie-9 noch verbessert, die Hybrid Optical Based Internal Tracker Hightech-Helme, da sie noch genauer auf die Kopfbewegungen der Piloten reagieren. Mit dem Beginn der Smart-Bomb-Technologie wurden in die Serie 10 Upgrades der A-10 lasergesteuerte AGR-20 und GBU-31J-DAM Lenkungssätze zur Umwandlung ungelenkter Bomben in Allwetter-Smart-Bomben und Bomben mit kleinem Durchmesser und fortschrittlicher Multi-Zielfähigkeit integriert, mit denen der Warthog-18 verschiedene Ziele auf einmal ausschalten konnte. Und das bei höherer Zielgenauigkeit. Dies ist nicht nur der J-DAM Lenkung und der Leistungsfähigkeit der neuen Bomben zu verdanken, sondern auch dem neuen Radarsystem, mit dem die A-10 wie ein Scharfschütze zielen kann, während sie mit den brandneuen Flügeln von Boeing durch die Luft fliegt. Boeing erhielt den Auftrag, 173 Sätze neuer Flügel für die A-10 zu liefern. Der Auftrag hatte ein Ausmaß von 1,1 Milliarden Dollar und die neuen Flügel sollten bis zu 10.000 Flugstunden halten, bevor eine Inspektion erforderlich wurde. Eine Menge Flugstunden. Ein weiterer Auftrag, bekannt als A-10 Thunderbolt Weiterführungsset, wurde für die Lieferung von weiteren 112 Flügelsätzen erteilt. Serie 10 rundete die A-10 mit einer Datenverbindung ab, die es ermöglicht, Bedrohungsinformationen effizient zwischen den A-10-Piloten auszutauschen, was zu einem verbesserten Raum, Gefechtsfeld und Lagebewusstsein führt. Alles wichtige Zutaten für die Durchhaltefähigkeit. Das alles trägt zu den Befürchtungen der Air Force-Führungskräfte in Bezug auf den Warthog zumindest erheblich Rechnung. Serie 11 wurde entwickelt, um die A-10 so nah wie möglich an die fünfte Generation heranzuführen. Natürlich war es aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, das Flugzeug so umzugestalten, dass es so getarnt aussah wie die F-35, aber in Bezug auf die Avionik gab es Veränderungen. Serie 11 konzentrierte sich auf die bedeutendste Modernisierung des Cockpits der A-10 seit 2005, ein digitales Hauptdisplay mit 1920x1080 Pixeln, dem High-Resolution Display System. Dieses sogenannte HDR-S verwöhnte die Piloten mit einer kinoreifen Qualität und einer fortschrittlichen Karten-Engine, die die Zuordnung der Ziele zum Schlachtfeld verbesserte. Auf das HDR-S folgte störungsresistentes GPS, ein dreidimensionales Surround-Sound-System, das ARC-210-Funkgerät und agile Entwicklungsmethoden, um all diese Upgrades zum Leben zu erwecken und gleichzeitig schnelle Erweiterungsupdates zu ermöglichen, falls Serie 12 jemals nötig sein wird. Da sich die A-10 der fünften Generation nähert, könnte das Flugzeug schon jetzt so gefährlich sein wie kein anderes Kampfflugzeug seiner Generation und der Beweis dafür ist die Tatsache, dass es Stimmen gibt, die fordern, das Flugzeug in die Ukraine zu schicken und das moderne Russland zu bekämpfen, als eine Art Kampfansage an die russische Luftwaffe, die in der Ukraine ziemlich beschäftigt ist. Es wäre also eine gute Idee, die A-10 zum jetzigen Zeitpunkt in die Ukraine zu schicken. Nun, Russland hat die meisten Panzer aller Länder der Welt und die A-10 wurde in erster Linie als Panzerknacker entwickelt. Ihre Hauptwaffe, die hydraulisch angetriebene 30-mm-Autokanone GAU-8 Avenger mit sieben Läufen, die sowohl hochexplosive Brandbomben als auch panzerbrechende Brandbomben mit abgereichertem Uran enthält, ist stärker als die Kanone der F-35. Die A-10 kann also 3.900 Schuss pro Minute abfeuern und dabei auch ihre Raketen und intelligente Munition einsetzen. Das russische Militär könnte die A-10 jedoch als zu tödliches Geschenk betrachten und die NATO direkt ins Visier nehmen, weil sie sich, wie vom russischen Präsidenten Wladimir Putin vor Beginn der Invasion angedroht, stark engagiert. Und das Letzte, was irgendjemand will, ist ein totaler Krieg zwischen Russland und der NATO, denn zusammen haben sie genug Atomwaffen, um diese Welt, wie wir sie kennen, zu zerstören. Auf die Frage, ob A-10 in die Ukraine geschickt werden, antworteten der US-Luftwaffenminister Frank Kendall und der Generalstabschef General C.Q. Brown, dass ihnen keine Pläne bekannt sind. Die A-10 wird wohl nicht in die Ukraine kommen und wurde noch nie von einem anderen Land als den USA geflogen. Dies zeigt, wie besonders sie für die Amerikaner ist. Die A-10 Warthog, ein Kampfflugzeug, das mehr als alles andere ein Beschützer über den Köpfen war, hat sich 50 Jahre lang bewährt und fliegt weiter, um ein Leben nach dem anderen zu retten und verlangt dafür nur eines. Dass du diesen Kanal abonnierst und diesem Video ein Like gibst. Was denkst du über die A-10? Sollte sie in die Ukraine geschickt werden und dort bleiben? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.